Otto Normal? Das Neue... ...Normal. Was machen wir jetzt? Drei Straßenmusik. Der sexy Flow. Ich finde, du fährst sehr rasche Wie ein Manöver. Zum Naschen. Du? Weg, weg, laufen hat keinen Sinn. Flut und Ebbe. Wo soll ich hin? Zweck, zweck, los. Jazz ist heiß. Gefunden, wer ich bin. Ich bin davon. Ich bin davon. Und ich bin... So wie immer schon. Und ich bin... Und ich bin... Ich flieg davon. Ich bin davon. Ich bin davon. Ich bin davon. Wuffis im Club als Promo. Drum ist klar. Jetzt bin ich allein, allein. Hala, Hala. Cry me a river. Ich lebe under the red shop. Flugzeug im Bauch. Doch life is... Mit meinem Wohnmobil voll in den Stau rein. Fast. So, vor der Grenze. Ich bin davon. Ich bin davon. Engi, du willst mal kurz erklären, was wir hier gerade machen? Ja. Wo sind wir? Also wir sind jetzt in Zürich. Bei Joyce TV. Bei Joyce TV. Und der Mensch ist voll aufgeregt. Ja, die Ottos heute hier bei Joyce TV.ch. Und wir werden jetzt gleich nach Luca Henni die Bühne entern. Ich bin schon ziemlich gespannt, wie wir das noch toppen können, was der Luca hier performt. Die anderen Ottos, die haben sich ein bisschen zurückgezogen. Die haben ein bisschen Schiss, sag ich mal, weil die Messlatte sehr hoch ist hier beim Luca Henni. Ich würde jetzt mal schauen, wie es den Ottos so geht. Wie ist die Stimmung so? Wie geht's dir? Lukas? Ich bin völlig am Wiener. Was sagst du dazu? Du bist allerletzte. Also drinnen haben die Mädels sich gerade rund geschrien. Rund geschrien? Rund geschrien? Oh ne Ups. Aber man steht. Ich bin kein Pflege. Doch ich saub die Mädels. Auch ich bin Blutgege. Ja, die sind entschuldigt. Hier in Zürich. Und ihr denkt vielleicht, dass das komisch ist. Wenn der riesige... Wenn einer krank ist, muss er auch krank sein. Ein altes Sprichwort von meiner Großmutter. Ja, Mann. Doch, der Bärstopp empfiehlt. Wir sind jetzt hier kurz vor dem Schlosspark im sonnigen wunderbaren Kreisruhe. Wir werden jetzt hier gleich im Schlosspark ein bisschen Straßenmücke machen. Schaut euch mal den Dirty Tony an. Der ist topmotiviert. Ich freu mich sehr darauf. Wir rücken hier den Park und nicht das Haus. Ja. Du denkst, dass der Park und die Jungs da drüben. Ja, was geht? Ja, ey. Oh, yo, 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 yeah. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin ich. Was ich bin. Was ich bin. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das bin ich. 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 Ich. Vielen Dank.